Willkommen Reisende. Wir sind wieder zurück auf dem Planeten von Genshin Impact. Als nächstes müssen wir noch unsere Fluglizenz erwerben und den Piratenschatz ergattern. Als erstes machen wir jetzt die Fluglizenz. Ein Spruch gegeben. Markierte Strecke fliegen bis zum Endpunkt. Und jetzt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was war es jetzt oder wie? Jetzt müssen wir zurück in die Stadt. So Mondstadt. Aber was ist mit dieser Stadt? Ne, das war falsch. Wir haben doch hier so eine Schatz, Piratenschatz-Dingens Ruin. Was ist denn das? Ist das beides in der Stadt? Ah, beides in der Stadt. Nehmen wir den Teleport dort. Einmal hin teleportieren. Gut, das war erst alle Aufgaben in der Stadt erledigt haben. Wir haben nämlich wie zu erwarten zwei außerhalb. So. So, da. Machen wir jetzt erst die eine. So, da können die einfach wieder hochlaufen. Kein Geld. Oh. Hermann hat kein Geld. Kann man sich ändern. Löse das Rätsel im Ritterorden. Ja, gut, machen wir mal. Müsst ihr hier in der Stadt sein und wahrscheinlich in der Statue unter dem Brunnen in der Mitte der Stadt. Das war Windmühle. Was ist, wie findet er denn? Schriebene Stille, okay. Also wieder draußen. Aber nur wenn es in der Stadt ist, sonst machen wir erst die Fluglizenz. 65 Meter. Höher. Wie denn höher? Nicht jetzt. Was möchte ich da denn jetzt hochkommen? Ja, die Tür ist zu. Ja, irgendwie klar. Bis zum. Oh, mit der Ausdauer komme ich doch aber nicht bis oben hoch. Außerdem. Oh, Alter, war jetzt aber knapp. Ich bin hier auch noch im Slalom dauer. Erstmal kurz Ausdauer auftanken. Also, Stück hoch und dann nach links. Vermisst. Wie vermisst. Wer stellt hier oben eine Vermisstenanzeige hin? Sieht doch keine Sau. Pils. Oh. Da war bestimmt irgendwas mitkochen. Pila Nemo Pils. Hm. Nemo. Oh, lass mich mal sehen, was da drin ist. Sie liebt ihn überhaupt nicht. Der Weg, da ist ein anderes Mal. Ähm. Hier ist die Stadt. Da ist der See. Kurz hinter... Der Schatzkissen war ich da auch schon. Mehr Riddles? Paimon ist zufrieden. Paimon wird dir alle Spaß haben. Oder du kannst Kai, um Hilfe zu holen. Ich weiß auch, wo das ist. Warum soll ich den jetzt fragen? Das ist genau hier. Ah, naja, dann gehen wir halt wieder hier rein. Oh, das ist die Statue da hinten. Oh. 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 Pottpunkt sein. Und hier. Das schaffen wir noch im Leben nicht bis nach oben. Jetzt zeigt er es mir an sich. Schnell zum Absatz, zum Absatz, zum Absatz. Pause machen. Roma ist da, aber ein Teleporter. Stimmt auch. Kann man bestimmt einfach weiter fliehen oder so. Voll unnützt hier. Ein Flug über den Monster, sprich mit Ember. Ja, das machen wir hier gerade. Oh ja, ist klar. Wo ist das denn? Aufsammeln. D-Kristall 15. Cool. Sag ja, warum. Hier ist schon wieder eine Kiste. Stehen überall rum. Ja, noch eine Phase. Ach, da, hier. Alpossau. Oh. 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 Windborn Traveler, you are required to land at once by the Order of the Knights of Pavonius. I am Otto of the Knights of Pavonius. Otto. Please show me your gliding license. Wann Hoppel hat sie gefressen? Was ist das für eine Antwort? Warte, ich bin ein Instruktor. Das ist ein Gliding-Exam. Oh, ich sehe. Na, du hast eine schlechte Zeit, um deine Gliding-Exam. Wirklich? Warum? Die Knights of Pavonius haben eine Beziehung von einer Freundin in der Katedral, die sie gesehen haben, dass sie einen Raptor gliding um diese Parten. Ich dachte, du... Raptor? Wer ist das? Ein unkönniger Kriminaler in Mondstadt. Er hat immer... Wer? Er hat immer... Er hat uns vorhin belauscht. Er hat immer... Fortunately, eine von den Kindern hat ein paar secretische Markungen auf ihn... Aber er war zu schnell und wir konnten überhaupt nicht mit dem Trailer halten. Well, wenn du Hilfe brauchst, um einen Gliding-Kriminal zu schießen, bin ich derjenige für den Job. Also sag mir, welcher Weg er ging? Wie lange ich weiß, er war er letztendlich nahe Springvale gesehen. Gewillig. Und lass es mir. Mit uns, die ihn zusammen schießen, hat er keine Chance. Wahrscheinlich in der selben Richtung wie die andere Aufgabe. So. Warte. Schön. Was soll man denn da hinkommen? Ja, ey, ey, ey. Wer geht dem komischen Vogel? Ist das da hinten, was so leuchtet? Ey, das ist sauber. Hier ist noch Land, oder was? Da oben ist irgendwas, was man aktivieren kann. Da ist ein Dorf. Ja. Oh, schaffen wir es darüber, schaffen wir es darüber, schaffen wir es darüber. Oh. Sieht nicht so aus. Na, schwimmen. Jetzt ist er nass. Sachen gibt's. Beim Schwimmen frisst voll die Ausdauer. Ach, krass. Hab ich nicht gesehen. Gewillingen. Scheiß Stadtname. So. Noch mal ein Teleporter. Elementarblick, ja, ist klar. Mausrad gedrückt, um Target zu aktivieren. Aha, wir holen uns jetzt erst mal den Teleportpunkt. Ach, er muss hier noch mal hinfliegen, oder so. So. There are no elemental traces on it. Ah, it looks like it's just a plain old tree branch. So. Aha. Teleportpunkt. ist nur das da oben und irgendwo da so so da hinten ist es so auf den Schleim gedreht so schnell aussehen wo denn rechts voll links kochen ich dachte mal keine Blumen einsammeln ich will mal Doppelsprung machen das geht überhaupt gar nicht äh Wie die Schuhe? Beim Fliegen abgestürzt. So, jetzt müssen wir ihn verfolgen. Ruhe aufnehmen. Da oben, er gibt wohl Sinn. Äh... Das ist ein komischer Vogel. ... Was war hier noch ein Alos? Uh, Erz! reingeglitscht kulturschatz ist voll erfreut aufhalten wie denn wir wissen ja nicht wo es sehen was ah abenteuerung dann kriege ich ein schwert gegen ist die belohnung für den mut einzel spieler ja was elementar war feuer die tauschen sie mal gegen was siehst du für ein so einfach so eine herausforderung mitnehmen nichts ohne so ein tor sind schon echt gut so wie dann schon dohre aber nur mit dem windleiter weiterkommen und 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 wie soll man liegen und kämpfen gleichzeitig um weiter zu fliegen gleichzeitig angriffen der gegner aushalten während du fliegst kannst du bomben werfen und so alle gegner vernichten ich kann bomben werfen ok ok jetzt verstehe ich es ganz schön komplexe sache ich brauche wind ich brauche wind ich brauche wind was darf ich jetzt da durch jetzt darf ich da durch ich sehe überhaupt nichts ich kann den blick nicht ändern das ja ich wurde wieder geburt oh ja 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 gott nein aufinde wind war war nice you've breezed through it haha you're a natural I knew you'd be fine Achso, ich dachte ich muss weiter fliegen. Ja, hab mich schon gut nach oben, die nicht aufgeht. Vieles Kundschaft da machen. Auf Folge ihnen. Ja, 42 Meter nach unten. Ich der Vogel erwarten, was ist bei dem kaputt? Oh. Bis zum... Oh, ups, der ist runtergefallen. So. Mal ein bisschen schnell gehen kurz. So. Mal müssen wir hier lang. Blitz, aber warte, blitz, blitz, blitz. Wir könnten das Ding ja kaputt schießen, vielleicht geht das. Oh, cool, geht. Oh, es waren nur zwei. Cool. So, dann können wir jetzt in die Mitte. Genau. Ob sie, der ist hier schon durch, der Typ, den wir suchen. Oh, cool. Oh, cool. Waspett? so echt jetzt sie sind respawned gehen jetzt ab hast du gar kein schaden super sind nicht wie machen wir das jetzt daneben geschossen runtergefallen nach unten gefallen ist kann ich ja so in den jetzt runter kartoffel jetzt nicht dass ich es wollte aber und da leider nicht hoch dann müssen wir ach er ist ganz runtergefallen so 26 meter nach oben wind wind man geht aber sehr hoch da hinten sind welche erstmal oh da ist eine kiste einfach rüberfliegen die attacke war voll unnötig jetzt hier bestimmt viel mehr stehen jetzt auch locker rübergeschafft da ist er er hat sie auch übergekommen vorrichtung 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 vor allem ich habe keinen dritten an dem auf der 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 Gott, gleich fällt die ihn tot. Ob Gott, die fällt gleich tot darunter. Über quer ihn. Ja, ne, ist klar. Warum soll ich das jetzt machen? Amber! Nein! Du fällst! Du fällst! Es ist eine Windkurrent! Sie ist glücklich! Amber ist glücklich! Du bist verrückt, Junge! Du musst wissen über Windkurrent! Keine Art, du würde auf jeden Fall schlafen! Wind nimmt an die Leute, die mit Wettbewerden haben. Jetzt sit still und erwartet dein Rest, wie ein guter Kind! Nur so! Nur so! Wie soll ich das denn schon wieder machen? Zeit, um zurück zu kämpfen! Ja, ist klar, die gehen alle drauf! Ja, ist klar, die gehen alle drauf! Geh, Geh, Faridbunny! Halt! Du bist offen! Geh, 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 been! Geh, Geh. Geh, Geh! Wie hab ich das! wieder ja ja no one escapes by sight ha 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 Das ist der Adnanmusser, Typ. Was ist das so? Was ist das so? Das war's, das war's, das war's. Das war's fluch, das war's. Das war's. Das war's. Ja, sie geht einfach vor. Uh, Schatzküße. So, alles einsam. Ich muss hier einen der Helden erstmal wiederbeleben da. Das ging irgendwie mit essen. Wann ist? Wiederbeleben. Cool. So. Kann ich denn jetzt hier was essen? Äh, jo. Essen. Anwenden. Warte mal. Das reicht, willkommen. Was? Hö, Hö. Ohnmächtig. Heißt so viel wie Mause tot. So, zwei. Äh, geht zur Kathedrale Flugzeit abholen. Aha, guck mal. Wir gehen jetzt aber erstmal das hier machen. Das durchdeckt sich dann die Karte. Aha. Kann man da schon wieder hinkommen. Komm. Andauernd fällt der Tod bei dem Spiel heute aus. Mal mal, naja. Wollten eh nur noch kurz da hoch gehen. Sehr seltsam. Und das ist halb online. Und das ist halb online. Aber... Trotzdem seltsam, dass in einer der... Drohnen weg ist. Gar keiner mehr angezeigt. So. Wir brauchen einen, so ein Ding hier. Hm. Gut. Wir brauchen erstmal drei von denen hier. Champion. Wir brauchen bestimmt noch so ein Flugding hier, oder? Und da ist noch einer. So. Wo? Hier ist Feuer. In welche Richtung? Hä? Wie sollen wir denn dann nach oben kommen, wenn die einen nach unten ziehen? So, da ist der dritte. Hä? Ja. Gut. Naja. Dann holen wir uns halt... erstmal den... Teleporter hier oben. Obwohl das könnte auch... so eine Statue sein, die man mit diesen Dingern füttern kann. Ja. So eine Statue. Oh Gott. Die steht da hinten. Könnte ich mal da runter gehen. Das ist ja krass, das Ding. Was ist das denn? Die. 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 Torang du dir st�mer. Die. 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 Weitsatmen. Ah, ohne Ton macht das gar keinen Spaß. Ja, scheiße. Greif mich an. Warum? Was ist das für ein Ding? Möchtest du auch schauen? Oh nein, das ist die Falsche. Oh, vielleicht wirkt das ja. Ne, wirkt nicht. Ich muss doch sie nehmen. Mein Ton. Oh, stirbt doch. Jetzt. Oh, mhm, mhm. Kannst du nicht mal für eine Richtung entscheiden. Oh Gott, gleich ist die auch tot. 71 Schaden nur. Oh, 106. Oh Gott, das reicht doch bestimmt im Leben schon wieder nicht. Oh, gleich, gleich, gleich. Oh, los. Oh, endlich. Figuren-Erfahrungspunkte. Was sind jetzt? Ja, okay. Keine Ahnung. Haben wir die jetzt nicht freigeschaltet? Statue, oder sie? Ob es der Ton geht, aber die Musik ist weg. Ah. So geht das. Cool. Ja, wir müssen uns aber dahin teleportieren. Nicht möglich. Wie nicht möglich. Nicht möglich. Was ist denn? Ist kaputt. Nicht möglich. Jetzt geht teleportieren auch nicht. Ja. Wir können der nichts anbieten. Funktionieren noch. Das war Auswahl. Segen der Statue. Herstellung. Steht mit der Zeit auf. Im Kampf. Ja, wieso im Kampf? Was? Den vorbereiten. Das Ding kann mich heilen, oder wie jetzt? Und lädt sich wieder auf. Steht mit dazu. Steht ja da. Aber wieso kann ich mich jetzt nicht teleportieren? Geht auch nur, was will. Jetzt kann man sich teleportieren. Lassam. Gut. Die Folge geht schon lang genug. Wir haben auch schon gut wieder was geschafft. Jetzt ist der Ton wieder da. Na ja, egal. Ähm. Gut. Dass der Ton am Ende vom Spiel weg war. Tut mir leid. Keine Ahnung, warum das... ...mit dem Spiel scheinbar manchmal passiert. Dass die Hintergrundmusik weg ist, aber das Grede noch hört. Jetzt zum Beispiel ist die Musik wieder weg. Ich hoffe dann auch, hat es euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. The Storm Terror crisis. Have you heard? The Storm Terror crisis. Das war's. Hahaha. Hmm.